Rasante Umweltevents in Ägypten. Sonnige Rennstrecke, coole Solarcars, topmoderne Elektroautos. Soma Bay am Roten Meer in Ägypten war Schauplatz der Soma Bay Egyptian Solar Challenge als Teil der United Solar Challenge und der 2017 Global Hybrid Electric Challenge. Heiße Reifen, Speed, Drive und Adrenalin im Sinne von Umweltschutz und Fun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017